Hallo, hier bin ich wieder, heute mal mit einem etwas anderen Video. Ja, und zwar bin ich hier gerade in dem Lego-Spiel Lego Batman 2. Ich mache dieses Video jetzt nicht, um euch dieses Videospiel zu zeigen, nein, es geht um dieses Auto, vor dem ich hier gerade stehe. Und zwar ist das das Taxi aus, wie gesagt, Lego Batman 2. Der Grund, warum ich euch das gerade hier zeige, ist einfach der, mir gefällt dieses Auto wahnsinnig gut, ich weiß auch nicht warum, mir gefällt es einfach ziemlich gut, seit ich dieses Spiel spiele, will ich es eigentlich in echt haben, ich will dieses Auto einfach besitzen. Und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, ich will dieses Fahrzeug einmal in echt bauen. Und den ersten wichtigen Schritt, den ich gemacht habe, um dieses Auto mal zu besitzen und auch zu bauen, ist, ich habe es am Digitaldesigner komplett einmal nachgebaut. Ich habe einfach aus dem Spiel viele Fotos gemacht und habe jetzt dieses Auto einmal komplett nachgebaut, im Digitaldesigner. Natürlich sieht es äußerlich wie jetzt im Spiel aus. Auch im Innenraum habe ich es versucht, so detailgetreu wie möglich nachzubauen. Natürlich musste ich die Struktur selber bauen und eben den ganzen Aufbau, das habe ich auch gemacht. Habe auch dann die Bauanleitung dazu erstellt. Und, ähm, so jetzt. Und habe das Ganze dann auch ausgedruckt und jetzt werde ich euch das mal in ausgedruckter Version zeigen. Das ist dann die ausgedruckte Version der Bauanleitung. Ähm, hier haben wir nochmal ein großes Bild des Taxis. Hier oben den Namen, den ich ihm gegeben habe, und zwar Batman Taxi. Hier nochmal die Anzahl der Teile und zwar hat das ganze Modell 184 Teile. Ähm, die Bauanleitung hat insgesamt 70 Seiten, ne? Und, ja, schön groß alles ausgedruckt. Was cool ist hier bei dieser ausgedruckten Version ist, dass es hier hinten, ne, auf den letzten Seiten, ne, eine Teileliste gibt. Hier kann man sehen, geht's los. Hier kann man die ganzen Teile alle sehen, auch mit Artikelnummern und allen möglichen, wie es halt auch in echt ist. Ähm, was echt cool ist, weil beim Digital Design ist es so, wenn man jetzt auf die, ähm, digitale Version der Bauanleitung geht, dann sieht man zum Schluss keine Teileliste. Und deshalb war ich auch ganz überrascht, wie ich das ausgedruckt habe, weil das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so gemacht habe. Dass, ähm, hier auch eine Teileliste mitkommt, worüber ich eigentlich echt froh war. Denn das hat mir bei meinem nächsten Schritt sehr viel weitergeholfen. Und zwar beim Bestellen der ganzen Teile. Ich war schon auf Bricklink und habe mir alle Teile zusammengesucht, die ich gebraucht habe. Habe alles bestellt, habe zum Glück alles gefunden, hat, war echt gar nicht so einfach. Ich habe lange gesucht, bis ich die ganzen Verkäufe und alle Teile gefunden habe. Also es war wirklich nicht gerade einfach. Das Einkaufen war eigentlich echt schon fast das Schwierigste an der ganzen Sache jetzt hier. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ähm, das Video, also der Teil 2 dieses Videos geht dann weiter, wenn ich alle Teile von Bricklink bekomme. Bis dahin hoffe ich einfach wieder, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben oder vielleicht sogar abonnieren. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und vielleicht auch beim nächsten Teil dieses Videos. Ciao.